Alle nicht, also wenn ich das so weitermache, dann Michael Soren, ähm, Michael Soren, ja. Ja, äh, wir haben das Video geguckt, wir haben auch hier wirklich zu finden. Ja, ja, das ist nicht, da waren wir nicht sicher. Da musst du mal gerade sehen, ich sag, wir müssen dann stoppen. So, wollen wir das hier? Das, nee. Das war's auch nicht? Nein, nein, nein. Das war's nicht? Das ist aber Maya, die wird das Freunde von mir. Also, das bist du gar nicht, siehst du, ich hab nicht gedacht, dass du es nicht. Okay, weiter. Stopp, stopp. Nein, das ist nicht. Das, nein, auch nicht. Okay, weiter, vorne, weiter, weiter, stopp, bist du das? Nein, das war's nicht. Das, bist du das? Nein. Auch nicht. Ich hab ein goldes Oberteil an. Man sieht, es hat sich nur eine Sekunde leicht. Ja? Ich hab ihn draus geschnitten, dann. Ich hab mich geschnitten. Das. Nein. Nein, weiter. Das ist, wie heißt das, dann will ich. Wie viel Geld kriegst du dafür? Für so ein Video? In der Fall? Ja, du hast dafür die Pausen mehr gekriegt. Nein, echt? Dafür, dass du nur eine Sekunde drin bist? Ja, unglaublich. 2,000. Na, was ist das? Das? Nein, nein, nein. Das warst du auch nicht. Das dauert noch, komm, wir uns am Schluss. Ich dauert noch was, weiter laut lassen. Was ist denn das für die Schäufe, nur ein Tausen? Das kenn ich überhaupt. Ich kenn das auch nicht. Und wann ist denn das? Keine Ahnung. Stopp, stopp. Da, da war ich jetzt. Das war's? Das war's. 1,000 Meter? 1,000 Meter. 2,000 Meter. Und Wasser. Ja, und ein Teil von Modern Talking hat sich an den Fragen gemacht. Was freuen wir denn? Nein, ein Teil von Modern Talking hat sich an den Fragen gemacht. Und schon warten wer? Ne, muss so nicht. Das ist aber schwer. Was denn sein? Von wann war denn das Video? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Bravo TV kommt immer... Sonntag um 15 Uhr. Und nächsten Tag... Diesen Sonntag kam ein Special darüber, wie man richtig küsst. Falls es irgendjemand interessiert. Nein, es gibt ein Special bei Bravo TV, wie man richtig küsst. Wie man richtig küsst und da erzählen Prominente, wie sie am liebsten küssen. Hast du weißt schon, was in dem Bericht gezeigt wird? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe auch gehört, worum es geht. Und wie küsst man am liebsten? Ich weiß nicht, ich habe den Bericht ja noch nicht gesehen. Ach so. Aber ich kann es mir am Sonntag angucken. Ja, bin gespannt. Bist du in festen Händen? Bist du vergeben eigentlich? Ich nein. Nein? Bist du noch zu haben? Ja, tatsächlich, ich bin noch zu haben. Bist du noch zu haben? Nein, ich bin weg.